Inwiefern können, sollen und dürfen Menschen an den deutschen Außengrenzen direkt wieder zurückgewiesen werden? Um diese Frage ringen momentan die Ampelparteien mit der Union. Gemeinsam wollen sie heute eigentlich bei einem weiteren Migrationstreffen über eine schärfere Asyl- und Migrationspolitik diskutieren. Doch die Union knüpft das Treffen jetzt an die Bedingung, dass die Ampelkoalition ihre Idee der umfassenden Zurückweisungen schriftlich zusagt. Umfassend heißt umfassend, dass im Grunde genommen alle diejenigen, die nicht einen Aufenthaltstitel haben, den Zugang in die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr bekommen. Vor allem diejenigen, die nicht die Asylanträge stellen. Die Asylanträge müssen nach dem Dublin-System im Land des Erstzutritts gestellt werden. Auch die SPD-Innenministerin Faeser setzt auf Grenzkontrollen und auch auf Zurückweisungen, wird der Union dabei aber nicht konkret genug. Die praktische Umsetzung jeglicher Abweisungen an der deutschen Grenze ist generell fraglich. Österreich hat schon angekündigt, den Nachbar dabei nicht unterstützen zu wollen. Diesen Pflock habe ich auch eingeschlagen, dass wir hier niemanden zurücknehmen, der illegal zurückgewiesen wird. Das ist hier ganz klar von meiner Seite. Hier gibt es null Spielraum aus österreichischer Sicht. Die Grünen kritisieren die Forderung der Union stark und pochen auf eine europäische Lösung. Wenn das Treffen von Koalition, Ländern und mit der Union heute stattfindet, dann wartet eine schwierige Diskussion auf alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.